Zwar sind Kameras robuster als häufig angenommen wird, dennoch solltest du beim Einsatz nicht zu unvorsichtig sein. Wenn die Kamera einmal etwas Dreck abbekommen hat, kannst du die Außenseite deiner Kamera mit einem weichen Pinsel reinigen. Beim Display auf der Rückseite solltest du ein weiches und sauberes Mikrofasertuch zum Reinigen einsetzen. Das Objektiv selber solltest du nur mit speziellen Reinigungstüchern oder einem Lenspen reinigen. Fingerabdrücke auf dem Objektiv sollten so schnell wie möglich beseitigt werden, da diese die Objektivvergütung angreifen. Wenn du dir eine Kamera mit Wechselobjektiv gekauft hast, wirst du vielleicht im Laufe der Zeit unscharfe dunkle Punkte in deinen Bildern sehen. Dies deutet auf Staub oder andere Verunreinigungen auf dem Sensor hin. Die zu beseitigen ist zwar keine Hexerei, aber du solltest schon wissen, was du tust. Entweder du lässt den Sensor vom Profi reinigen oder beschäftigst dich ernsthaft mit den verschiedenen Möglichkeiten der Sensorreinigung. Was du auch immer tun magst, versuche niemals, wirklich niemals Staub mit dem Mund vom Sensor zu pusten. In den meisten Fällen landet entweder Speichel oder noch mehr Staub auf dem Sensor. Auch ein kleiner Blasebalk sollte nicht für die Sensorreinigung genutzt werden und von kuriosen Ideen wie einen normalen Staubsauger an das Bajonett zu halten, um den Staub wegzusaugen, solltest du einen ganz großen Bogen machen. Die Sensorreinigung Die Sensorreinigung Die Sensorreinigung Die Sensorreinigung Die Sensorreinigung Die Sensorreinigung Vielen Dank.